ARD Text im Auftrag von Funk Ah! Daniel! Was machst du hier? Ich musste dich sehen. Entschuldigung. Und was willst du? Ich... Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Was für eine Entscheidung? Julia, ich habe mich gerade von Marie getrennt. Es ging nicht mehr. Es gibt auf dieser Welt eine einzige Frau, die ich wirklich liebe. Das bist du. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Julia, sag doch irgendwas. Tch... Was soll ich denn dazu sagen? Dass ich das toll finde? Dass ich die ganze Zeit nur drauf gewartet hab, das zu hören? Das ist doch nicht so einfach Du kannst ja nicht mitten in der Nacht auftauchen Und erwarten, dass ich dir vor Folie in die Arme falle Nein, natürlich nicht Das hast du ja auch schon bei Frederik getan Was? Daniel, was unterstellst du mir da? Ich habe euch doch gesehen Ich habe euch gesehen an dem Tag An dem ich abreisen wollte und umgekehrt bin Weil jeder Kilometer, der mich von dir getrennt hat, mir das Herz rausgerissen hat Wo hast du uns gesehen? Hier, vor dem Haus Ich hatte auf dich gewartet, wollte mit dir reden Aber du warst mit Frederik zusammen Und es hat nicht so ausgesehen, als ob ihr eine Störung wünscht Du sagst, du liebst mich? Wusstest du das auch schon in unserer letzten Nacht am Bootshaus? Als du einfach so gegangen bist, ohne Wort, ohne Abschied? Das hat mir nämlich das Herz gebrochen Und Frederik war da, ja Als Freund Frederik hat mich getröstet Ich dachte, du hättest dich mit ihm getröstet Marie, was machst du da? Was sind das für Tabletten? Die hat der Arzt mir für den Notfall verschrieben Berührungstabletten, nichts weiter Das sind starke Psychopharmaka Ach was Sie helfen mir, es geht mir nicht so gut, weißt du? Auch wenn sie dir helfen, müssen es denn gleich so viele sein Keine Sorge Mit Tabletten kenne ich mich inzwischen Besser aus, als mit Menschen Was ist denn passiert? Julia war für Daniel mehr als nur ein Seitensprung Hat er dir das gestanden? Daniel Ist im Moment sehr durcheinander, weißt du Vielleicht legst du dich ein bisschen hin Was machen wir denn hier, Daniel? Was soll denn das? Wir tun uns doch wieder nur gegenseitig weh Ich kann meine Gefühle aber nicht abstellen Ich hab's versucht, es geht nicht Ich liebe dich Und ich weiß Ich glaube, dass du mich auch liebst Du hast mir mal gesagt, dass Liebe nicht wehtun soll Aber dich zu lieben, das tut weh, Daniel Und ich hab einfach keine Kraft mehr dazu Aber dich nicht zu lieben, dafür fehlt mir die Kraft Ich hab einfach Angst davor, was passiert, wenn wir es nochmal versuchen Aber wenn wir es nicht versuchen, werden wir uns diese Frage unser ganzes Leben lang stellen Wir werden uns immer fragen, ob wir nicht jetzt, in diesem Moment Das Allerwichtigste in unserem Leben einfach weggeworfen haben Julia, ich weiß nicht, was passieren wird Ich hab auch Angst Es ist zu viel passiert, Daniel Wir können nicht einfach so weitermachen Vielleicht hätten wir alles anders machen müssen Ja, vielleicht Können Lilian Charlotta bloß hin sein? So ein fetter Wagen mit zwei Mädels fällt doch auf An den Tankstellen sind sie auch nicht gesehen worden Auf jeden Fall können wir hier nicht rumhocken und nichts tun Im Eis in der Gegend abgesucht Die beiden sind wie vom Erdboden verschwunden Mann, warum ruft Lilly nicht an? Warum ruft Charlotte nicht an? Vielleicht stecken die im Funkloch Oder sie können nicht anrufen Wie meinst du das? Vielleicht ist der Wagen kaputt Und sie müssen zu Fuß weiter Es ist dunkel da draußen Und nicht zu sagen tiefe Nacht Ich meine zwei Mädels alleine Wünscht Nico Nico hat recht Wir müssen was unternehmen Wir sollten die Polizei rufen Das bringt doch nichts Sie suchen erst nach 48 Stunden Das sagen sie zumindest immer im Fernsehen Offizier vermisst ist man erst noch zwei oder drei Tagen Na toll, bis dahin kann sonst was passiert sein Dann rufen wir jetzt die Krankenhäuser aus der Gegend an Was war das? Was ist denn? Da war ein Geräusch Da, da war es schon wieder Ja, vielleicht Vielleicht sind das unsere Retter Ja, vielleicht aber auch nicht Mann, wer soll denn hier bitte draußen sein? Außerdem sind wir zu zweit Und wenn uns jemand was antun will, dann Dann hauen wir ihm Hiermit eins über die Mütze Oh, jetzt komm Lach doch mal War schon früher so ein Schisser Ich bin immer zu meinen Eltern ins Bett gekrochen Wenn es Gewitter gab oder so Und? Du hast sie nie gestört? Hey, du redest hier von meinen Eltern Ja, na hör mal Ja, na hör mal, es gibt immerhin Nico und dich Eigentlich will man das doch gar nicht wissen Was da zwischen den Eltern abgeht Ich meine, das mit Christa und meinem Vater Das finde ich auch total seltsam Glaubst du, da läuft was? Immerhin sind sie zusammen in den Urlaub gefahren Willst du dich dann stören? Keine Ahnung Das wäre schon eine komische Vorstellung Mama und Papa sind zwar getrennt Aber für Papa gab es eigentlich nie andere Frauen Sag mal Sag mal Bist du eifersüchtig? Musst du immer alles und jeden analysieren? Das tue ich doch gar nicht Oh, doch, das tust Tue ich nicht? Doch Leckeres, saftiges Menschenfleisch Oh Gott, ist das kalt Daniel ist zu mir zurückgekommen Wie sehr habe ich mir das gewünscht? Aber einfacher ist dadurch leider nichts geworden Wie soll es jetzt mit uns weitergehen? Nico! Was ist denn los? Lilly und Charlotte sind weg Wie weg? Mit dem Wagen der Grafenbergs Wir haben sie schon überall gesucht, aber Na ja, schon langsam machen wir uns Sorgen Wie lange sind sie denn weg? Ich habe Lilly heute auch gar nicht in der Manufaktur gesehen Eben, Charlotte war auch nicht da Dass der Wagen weg ist Habe ich erst gemerkt, dass ich den Grafenberg senior zum Arzt fahren sollte Können die beiden denn Auto fahren? Lilly nicht Ich hoffe, Charlotte kann's Tim und Collier telefonieren gerade die Krankenhäuser ab Die Krankenhäuser? Habt ihr denn schon überall gesucht? Am See? Im Bootshaus? Na klar, wir haben sogar die Tankstellen in der Umgebung abgesucht Nichts Hast du eine Ahnung, wo die sonst vielleicht noch sein können? Also, das letzte Mal, dass ich Lilly und Charlotte gesehen habe Das war, als Marie betrunken aufgekreuzt ist Und sie hat sich dann sehr mit Charlotte gestritten Da hat Charlotte das Grab ihrer Eltern erwähnt Weißt du, wo das ist? Nein, leider nicht, tut mir leid Mist Na ja, dann werde ich mich mit den Jungs noch mal auf die Suche machen Ich bleib hier Falls sie auftauchen, rufe ich dich sofort an, ja? Danke, Julia Und wenn ihr sie findet, meldet euch, ja? Auf jeden Fall Bis später Verstehe, auch keine Charlotte Wermond Danke Da sind sie auch nicht Wenigstens lügen sie nicht blutend und schwer verletzt im Krankenhaus Dass die einfach so abgehauen sind, ohne uns was zu sagen Mir reicht's Ich rufe die Polizei Und glaub mir, die werden nach den beiden suchen Und zwar nicht erst in 48 Stunden Ich habe eine Idee, wo sie stecken könnten Julia meint, Charlotte hat irgendwas vom Grab ihrer Eltern erzählt Ich weiß, wo das ist Wir müssen reden, Daniel Was ist bloß los mit dir? Großvater, ich bin müde, es ist spät Gute Nacht Ich habe immer geglaubt Dass du nicht vor Problemen davonläufst, wenn es drauf ankommt Ich laufe nicht weg Ich versuche nur irgendwie, die Situation in den Griff zu bekommen Und warum stellst du dich nicht an der Entscheidung und gehst deinen Weg mit Marie? Marie ist erwachsen und kann für sie selbst sprechen Vor einigen Tagen wolltet ihr noch in ein gemeinsames Leben aufbrechen Und jetzt ist dir das alles egal? Wenn man eine Beziehung eingeht, dann übernimmt man auch die Verantwortung für den anderen Wenn du das so siehst, dann habe ich auch eine Verantwortung für Julia Wenn du dir so unsicher bist, was Marie angeht Dann hättest du keine Beziehung eingehen dürfen Ach, auf einmal? Ich habe halt gedacht, dass sie die perfekte Frau für mich ist Du hättest deiner Absichten sicher sein müssen Was ist schon sicher? So ist das halt mit der Liebe Was willst du, Daniel? Suchst du das ungetrübte Glück? Glaubst du, die Ehe deiner Großmutter und mir bestand nur aus guten Tagen? Großvater, ich bin kein Traumtänzer Aber ich weiß, dass Julia und mich etwas ganz Besonderes verbindet Ich könnte es nicht ertragen, wenn ich nicht wenigstens probiert hätte, es zu leben Verstehst du? Und wenn das auch nicht klappt Dann lässt du das einfach hinter dir Wie jetzt, Marie und dich Ich lasse nichts einfach hinter mir Ihr wisst doch alle gar nicht, was los ist Und immer habt ihr die besten Lösungen parat Daniel Du solltest dich wieder mehr auf die Familie Und ihren Wert besinnen Ich kann nicht einschlafen Ich auch nicht Sag mal, wie war das eigentlich mit deinen Eltern? Ich meine, bevor sie gestorben sind Ich war noch ziemlich klein, aber Ich glaube, sie werden glücklich Darf ich dich noch was fragen? Klar Wenn ich entscheiden darf, ob ich antworte oder nicht Ohne, dass du mir böse bist Kannst du dich wirklich nicht mehr an die Beerdigung erinnern? Nicht so wirklich Ich weiß nur noch, dass ich mich die ganze Zeit an Marie festgehalten habe Wer war denn da für euch? Ich meine, wer hat sich um euch gekümmert? Da waren tausend Leute, aber so richtig gekümmert hat sich niemand Von euren Großeltern? Die waren da auch irgendwo, aber So richtig erinnern kann ich mich echt nur an Marie Und sie hat die ganze Zeit geweint Du nicht? Ich konnte nicht Ich glaube, Marie hat schon damals das Weinen für mich übernommen Ich weiß nur noch Dass ich Marie keine Minute aus den Augen gelassen habe Und die ganze Zeit neben mir stand Und mich an sie geklammert habe Und die ganze Zeit Es ist schön, dass du bleibst. Lass uns erst weitermachen, wenn du dir sicher bist. Aber ich will mit dir zusammen sein. Liebst du mich? Daniel. Marie. Es tut mir so leid. Mir auch. Das Bett im Gästezimmer ist bezogen. Ach, Eva. Ich hab dir einen Tee gemacht. Du bist die Einzige, die mir keine Vorwürfe macht. Hat dein Großvater mit dir gesprochen? Der auch, ja. Jeder in diesem Haus sagt mir, was ich alles falsch gemacht habe. Tja, jeder in diesem Haus ist genauso durcheinander und hilflos wie du. Und alle machen sich Sorgen um Marie. Die mach ich mir auch. Ich weiß. Deshalb solltest du zu dir ehrlich sein und zu ihr. Auch wenn es nicht leicht fällt. Hm? Hier. Nimm deinen Tee. Ruh dich aus. Der Morgen ist klöger als der Abend. Gute Nacht, Eva. Gute Nacht, Daniel. Daniel? Kann ich dich kurz sprechen? Wenn es sein muss. Marie nimmt wieder Tabletten. Psychopharmaka. Angeblich nur ein leichtes Beruhigungsmittel. Aber wir wissen ja, wie das beim letzten Mal ausgegangen ist. Was willst du damit sagen? Ich mach mir ernsthaft Sorgen um Marie. Was ist, wenn sie wieder zusammenbricht? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Woher soll ich wissen, was das Richtige ist? Das Richtige. Das Einzige, was Marie jetzt braucht, ist Sicherheit und Geborgenheit. Ihr das zu geben, das ist das Richtige. Als ob man sich in deiner Nähe auch nur ansatzweise sicher und geborgen fühlen könnte. Tricia, deine geistreichen Sticheleien bringen uns jetzt auch nicht weiter. Das sagt die Richtige. Daniel, du willst doch auch nicht, dass Marie leidet. Was ich will, das interessiert doch hier überhaupt niemanden. Du bist stärker als Marie. Also ist es wichtiger, dass sie bekommt, was sie will. Wir müssen ihr helfen. Das Einzige, was ihr helfen würde, wäre weit weg von ihr zu sein. Wo willst du die arme Marie denn hinschicken? Sie hat keine Familie, kein Zuhause. Hat sie das alles denn hier? Daniel, ich will dir keine Vorschriften machen. Und ich will dich auch nicht unter Druck setzen. Aber du hast Verantwortung für Marie. Dann lass mich diese Verantwortung doch endlich mal alleine tragen, Mutter. Und außerdem hör bitte auf, mir einzureden, Marisa, die Frau meines Lebens. Darum geht's doch jetzt gar nicht. Ich will dich vor einem großen Schreck bewahren. Was passiert, wenn Marie wirklich zusammenbricht? Wie willst du damit umgehen? Jetzt reicht's aber. Mal doch den Teufel an die Wand. Daniel, wo willst du hin? Weg hier. Ich will alleine sein und in Ruhe nachdenken. Wieder einmal stellt Daniel mein Leben total auf den Kopf. Ist es nicht genau das, was ich so sehr an ihm liebe? Aber bevor wir es nochmal miteinander versuchen, muss ich noch eine Sache klären. Julia! Mama! Wir sind wieder da. Hallo! Hallo! Wie war euer Urlaub? Traumhaft. Julia, schön dich zu sehen. Ihr seht richtig erholt aus. Ihr hattet bestimmt eine ganz tolle Zeit. Ja, das... Das haben wir. Wir haben die Zeit am Meer richtig ausgenutzt. Das freut mich für euch, Mama. Julia? Christa und ich, wir... Na, wir haben... Ihr seid wieder zusammen. Sag ich doch, das freut mich. Und bei dir? Was ist die letzte Woche alles so passiert? Och, es gab viel zu tun. Wie immer. Ach, du arbeitest zu viel. Wir haben dir was mitgebracht. Es soll dich ans Meer erinnern und dir Kraft geben. Danke. Eine Bernstein-Kette, die ist ja schön. Wollen wir zusammen frühstücken? Dann erzählen wir dir alles ganz genau von unserem Urlaub. Wir haben frische Brötchen mitgebracht. Ich muss leider los zur Arbeit. Dann wenigstens ein Croissant mit für unterwegs. Danke. Wisst ihr was? Wir reden einfach heute Abend weiter, ja? Bis dann. Tschüss. 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 Das ist der Wagen der Grafenbergs. Ja. Auf jeden Fall. Hoffentlich sind die beiden da drin. Yes! Wir haben sie! Oh, macht nicht so einen Lärm. Ich habe mich so tot erschreckt. Und wir uns erst. Wir suchen euch schon die ganze Nacht. Und wir pännt ihr in aller Seen in Ruhe. Keineide, es gibt echt bequemere Bette. Ja, und wärmere. Ich muss erst erfroren. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Warum habt ihr das nicht angerufen? Ja, guck mal auf dein Handy. Wir sitzen hier im absoluten Flug. Der Wagen ist einfach irgendwann nicht mehr angesprungen. Von Autos, die man nicht kennt, sollte man die Finger lassen. Mann, das war meine Idee. Wir wollten außerdem schon früher da sein. Die Batterie ist runter. Wie ich mir gedacht habe. Kriegst du das wieder hin? Das muss mir die 1.5 Jahre Starthefe geben. Es gibt die François. Oh! Wow! Ihr seid die Besten! Was ist das? Oh, ist dein Wursch! Mmh! Kannst du mir vielleicht verraten, dass das gestern sollte? Wovon sprichst du? Anstatt Salz in die Wunde zu streuen, hättest du Daniel ermutigen sollen, sich mit Marie auszusprechen. Also ich hatte gestern eher den Eindruck, dass du mit dem Salzstreuer unterwegs warst. Du hast Daniel ja regelrecht ein schlechtes Gewissen gemacht. Um Maries Willen würde ich dich bitten, deinen Sarkasmus runterzuschlucken. Um Maries Willen, dass ich nicht lache. Warum lässt du die beiden nicht einfach in Ruhe? Daniel weiß im Moment nicht, was das richtige für ihn ist. Also muss es ihm jemand sagen. Und dieser jemand bist du. Und Marie schafft es im Moment nicht alleine. Sie braucht meine Unterstützung. Eine Hilfe wäre, wenn wir Marie endlich hier wegbringen würden. Aber du, du beschwörst Maries Zusammenbruch ja geradezu herauf. Ich will davon nichts mehr hören. Marie gehört hierher, an Daniels Seite. Du weißt überhaupt nicht, was du den beiden da antust. Wenn du so weitermachst, dann hat Marie ihren nächsten Zusammenbruch und Daniel dreht durch, weil er sie da nicht alleine lassen kann. Mein Bruder und sein Pflichtgefühl. Noch so ein trauriges Kapitel. Ach, Eva. Allein bei Ihnen ist es richtig schön ruhig hier. Ich hätte nichts gegen ein bisschen ausgelassene Familienstimmung. Solange der Familiensegen so schief hängt, werden wir aber noch eine Weile darauf warten müssen. Ja, zurzeit sind alle sehr angespannt. Obwohl ich ja der Meinung bin, man sollte Daniel und Marie die Sache unter sich klären lassen. Oder akzeptieren, dass sie es schon längst geklärt haben. Kann deine Mutter mal wieder nicht die Füße stilllassen? Ich verstehe sie nicht. Sie versucht mit allen Mitteln, Daniel und Marie wieder zusammenzubringen. Und bemerkt dabei überhaupt nicht, dass es so für alle noch schlimmer wird. Typisch Annabelle. Aber kann sich Daniel nicht endlich mal durchsetzen? Schließlich ist es er, der die Entscheidung treffen muss. Er weiß nicht, was er machen soll. Offensichtlich spukt ihm immer noch Julia im Kopf rum. Und an Marie bindet ihn das schlechte Gewissen. Hat er das gesagt? Nein, nicht direkt. Ist aber mein Einblick. Morgen, Marie. Guten Morgen. Willst du etwas essen? Ja, komm. Setz dich zu uns, hm? Ich wollte nur ein bisschen Wasser. Danke. Hast du Lust, nach dem Frühstück spazieren zu gehen? Ist so schön draußen. Die Sonne scheint. Ich glaube, ich lege mich lieber wieder ins Bett. Klar. Dann vielleicht später. Sie isst seit Tagen nichts mehr. Immer nur diese Tabletten. Das kann doch nicht gesund sein. Der Wagen ist weg. Was? Unser Käfer? Nein, die Limousine der Gravenbergs. Ach. Wahrscheinlich fährt Nico sie gerade durch die Waschanlager. Sicher. Man sieht ja in der aufgeräumten Wohnung, wie ordentlich meine Kinder sind. Tobias. Wir sind doch früher zurück, als wir dachten. Nico und Lili hätten bestimmt noch aufgeräumt. Christa, das mit dem Wagen ist wirklich nicht lustig. Nico kann doch nicht einfach so mit rumfahren. Das ist die Limousine der Gravenbergs. Weißt du, was so ein Auto kostet? Jetzt warte doch erst mal ab. Du weißt doch gar nicht, was passiert ist. Vielleicht hat der Gravenberg Nico gebeten, ihn zu fahren. Ja, vielleicht. Weißt du, worüber ich mir Gedanken mache? Ob Nico und Lili es genauso locker nehmen wie Julia. Dass wir beide wieder zusammen sind. Ja. Julia. Hallo Eva. Mit mir haben Sie sicher nicht gerechnet. Darf ich trotzdem reinkommen? Ja. Was kann ich für Sie tun? Ich, ähm... Ich würde gern mal mit Marie sprechen. Marie geht es nicht gut. Das habe ich befürchtet. Kann ich nach ihr sehen? Halten Sie das wirklich für eine gute Idee? Es ist einfach so viel passiert, was uns drei betrifft. Daniel, Marie und mich. Vielleicht haben Sie recht. Sie müssen miteinander reden. Gehen Sie ruhig. Danke. Eva? Ja? Und... Wie geht's, Daniel? Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Er hat nicht in der Villa übernachtet. Guten Morgen. Morgen. Auch schon da. Er hat mir gesagt, dass du durch die Porzellanmanufaktur trampeln sollst und allen Wehtun, die dich gerne haben. Es geht dir doch gar nicht um Marie. Ist es vielleicht interessanter für dich, wenn du weißt, wo ich die Nacht verbracht habe? Es dreht sich nicht alles um dich. Hallo. Was machst du denn hier? Hallo. Daniel ist da? Daniel ist nicht da. Ich wollte zu dir. Ich möchte mit dir reden. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir beide irgendwas zu besprechen haben. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Wofür? 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 Ja. Und wir hatten dann die Idee mit dem Auto. Ja. Schlüssel. Sonst bin ich einmal weg und ihr macht gleich so einen Blödsinn. Ja, könnt ihr mir das erklären? Papa, können wir das vielleicht heute Abend klären? Wir müssen in die Manufaktur. Ja, müsst ihr ja wohl. Ich hab den ganzen Tag Zeit, euch eine Entschuldigung einfallen zu lassen. Ich möchte, dass du jetzt gehst. Nein. Nicht, bevor wir miteinander gesprochen haben. Marie. Ich möchte, dass du verstehst, was da zwischen Daniel und mir passiert ist. Ich wollte dich nie verletzen. Gib mir die Tabletten wieder. Marie, diese Tabletten helfen dir nur zu vergessen. Das macht alles noch schlimmer. Wie können Sie es wagen, hierher zu kommen? Marie. Marie und ich haben etwas zu besprechen. Sie sind die Letzte, mit der Marie etwas zu besprechen hat. Verschwinden Sie. Das ist eine Sache zwischen Marie und mir. Die geht sie überhaupt nichts an. Sie verstehen überhaupt nicht, was hier los ist. Sie sind schuld an Maries Zustand. Erzählen Sie mir nichts. Und was ist mit Ihrer Schuld? Sie haben Marie nur benutzt, um Daniel und mich auseinanderzubringen. Raus. Verlassen Sie dieses Haus und kommen Sie nie wieder hierher. Und falls Sie es doch wagen sollten, je wieder einen Fuß in dieses Haus zu setzen, werde ich nicht mehr so nachsichtig sein, wie das letzte Mal. Es passieren viele Unfälle hier in Falkenthal. Morgen. Morgen. Na? Na. Was hat dein Vater gesagt? Ach, es gab eine schöne Standpauke. Aber Charlie, Nico und ich haben zusammengehalten. Und Nico wollte sogar die ganze Schuld auf sich nehmen. Total süß. Wieso seid ihr auf diese verrückte Idee gekommen, mit dem Wagen abzuhauen? Ich wollte es nun gerade mit dem Älter. Ja, aber warum? Ich wollte es halt. Hey Silke. Wie geht's? Frag nicht. Hier geht's doch drunter und drüber in letzter Zeit. Und wer muss es alles ausbaden? Die Silke. Daniel und Frederik Gravenberg hatten eine Auseinandersetzung. Worum ging's? Es ging um... Tja, warum... Worum ging's denn eigentlich? Bestimmt nicht um die Firma, sonst würdest du es uns nicht erzählen. Stimmt's? Ja. Ich glaube, Daniel hat sich von seiner Freundin getrennt. Und Frederik... Frederik hat immer gesagt, er soll nicht allen Leuten wehtun. Und sich irgendwie endlich entscheiden. Ob Marie oder Julia. Nee. Vielleicht versteht Marie jetzt endlich mal, was abgeht und vergisst Daniel. Niko bereut es bestimmt schon. Er ist ein Sturkopf. Kennst ihn nicht. Hm, stimmt. Aber ich hoffe, ich werde ihn bald besser kennenlernen. Entschuldige, Christa, aber ich... Ja, ich weiß, dass du von Niko enttäuscht bist. Aber es ist doch überhaupt nichts passiert. Er wird bestimmt einsehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Hm? Das kann ja in Zukunft heiter werden. Was? Na, wenn du jetzt Partei für meine Kinder greifst, steht's drei gegen einen. Prost Mahlzeit. Naja, ich würde dich auch verteidigen, wenn du was angestellt hättest. Ist das wahr? Mhm. Wo willst du denn damit hin? Mit meinen Sachen? Nach drüben. Warum eigentlich? Wie, warum? Warum lässt du deine Sachen nicht einfach hier? Hier bei dir? Hm. Ich fand es schön, im Urlaub morgens neben dir aufzuwachen. Mhm. Das fand ich auch schön. Ich würde gern jeden Tag neben dir aufwachen. Mhm. Das würde ich auch gerne. Eva. Haben Sie Julia Schilling ins Haus gelassen? Ja, sie wollte mit Marie sprechen. Und das finden Sie richtig? Ja. Es ist meistens am besten, wenn die Betroffenen miteinander reden. Julia Schilling ist schuld an Maries Zustand. Und Sie geben ihr Gelegenheit, Marie noch mehr zu verletzen? Bitte, Annabelle. Es war bestimmt nicht Evas Absicht. Du findest es also richtig, dass diese Person hier herumschleicht? Nein, das finde ich sicher nicht richtig. Aber Eva wird gewusst haben, was sie tut. Ja. Ich bin mir sicher, dass weder Daniel noch Julia noch Marie diese komplizierte Situation gewollt haben. Also sollte man niemanden verurteilen. Frau Landmann, das nächste Mal, wenn Sie einen Fremden von der Straße reinlassen ins Haus, dann fragen Sie bitte zuvor. Und jetzt machen Sie bitte Marie etwas zu essen. Ich trage es ihr dann hoch. Ich fürchte, das wird ja auch nicht helfen. Sie isst nichts. Sie isst gar nichts. Sie schluckt immer nur diese Tabletten. Vielleicht sollten wir besser unseren Hausarzt verständigen. Kann ein Psychologe aus Maries Sanatorium da nicht eher helfen? Ärzte, Psychologen. Marie braucht keine medizinische Betreuung. Sie braucht die Wärme ihrer Familie. Und wir sind jetzt ihre Familie. Aber wir sind doch alle in die Sache viel zu sehr verwickelt. Wir können Marie nicht helfen. Daniels Liebe wird Marie helfen. Der Junge kann im Augenblick überhaupt nicht lieben, so durcheinander wie er ist. Bis er sich wieder gefangen hat, werde ich mich um Marie kümmern. Ich habe mich um Marie kümmern. Das, was zwischen Julia und mir ist, ist was anderes als ein Seitensprung. Ich will dir keine Vorschriften machen. Und ich will dich auch nicht unter Druck setzen. Aber du hast Verantwortung für Marie. Großvater, ich bin kein Traumtänzer. Aber ich weiß, dass Julia und mich etwas ganz Besonderes verbindet. Ich könnte es nicht ertragen, wenn ich dich wenigstens probiert hätte, es zu leben. Verstehst du? Und wenn das auch nicht klappt, dann lässt du das einfach hinter dir. Wie jetzt Marie und dich. Es ist alles so durcheinander. Ich weiß nicht mehr weiter. Was ist? Mikräne oder was? Vielleicht hast du ja eine einschläfernde Wirkung auf mich. Schlechte Laune wegen Julia Schilling? Nicht direkt. Aber wenn sie nicht wäre, würde es Marie wohl besser gehen. Was soll das heißen? Daniel hat sie von Marie getrennt. Und dreimal darfst du reiten. Warum? Marie packt das diesmal nicht. Und meine Mutter spielt die Fürsorgliche. Dabei will sie nur, dass Daniel und Marie zusammenbleiben, um an Maries Kohle ranzukommen. Soll das heißen? Du machst dir ernsthafte Sorgen um diese millionenschwere Ehre? Du bist ein gefühlskaltes Arschloch, Jörg Schwarz. Genau deswegen magst du mich doch so. Gleich und gleich gesellt sich gern. Du und ich, wir haben nichts gemeinsam. Marie, was ist los? Kann ich etwas für dich tun? Meine Tabletten. Du hast doch meine Tabletten genommen, als Julia vorhin da war, oder? Ja, richtig. Kannst du sie mir bitte wiedergeben? Marie, ich finde es nicht richtig, dass du diese Medikamente nimmst. Ach, das ist ein Beruhigungsmittel. Ich brauche sie. Soll ich vielleicht Daniel anrufen, dass er nach Hause kommt und sich um dich kümmert? Nein, nein, nein. Daniel soll erst wieder kommen, wenn er mir sagt, dass er mich liebt. Und jetzt gib mir bitte die Tabletten. Ich bin mir sicher, Daniel würde sich um dich kümmern, wenn ich ihm sage, wie schlecht es dir geht. Glaubst du wirklich, dass sie dir helfen? Danke. Aber bitte nimm nicht zu viele davon. Wir können nicht einfach so wieder zusammen sein. Wir müssen das erst mit Marie klären. Aber ich habe mit Marie gesprochen. Ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Er weiß nicht, was er will. Er kann sich nicht entscheiden. Aber er hat sich ja entschieden. Manchmal frage ich mich, ob meiner Mutter klar war, dass das so endet, als sie Marie nach Falkenthal geholt hat. Gegen die Tabletten kommen wir nicht an. Ich habe ihr die Tabletten abgenommen, bevor sie übertreiben konnte. Du hättest sie niemals hierher bringen dürfen. Oh, jetzt bin ich schuld.